Hakoda, Bonderes, Muchachos, herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege, ranked hier bei den Losers unterwegs heute auf Clubhouse, unsere Heimat-Map in Hannover steht hier. In Hannover sind wir anwesässig und ich begrüße den Ur-Hannoveraner, Mabossa, hallöchen. Heimfortal, Muchachos, wäre YouTube nicht da gewesen, hätte ich wahrscheinlich bis heute auch Hannover nicht ein einziges Mal verlassen. Aber die Games kommen ziemlich auch ab und zu nach Kölle, ne? Nach Kölle, oder die U3, nach L.A. Wollte gerade sagen, wenn YouTube nicht gewesen wäre, wärst du jetzt, ähm, wie heißen die, die, äh, die Anfänger bei den Motorradclubs? Digga, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, Marvin wäre jetzt so, wäre jetzt so bei, äh, Rookies, Alter. Ja, ja, aber die Rookies sind auf Deutsch, wie heißt denn das? Wenn die gerade beitreten und die ganze Sklavenarbeiten machen müssen, dann richtig geknechtet werden von den Alten. Das jedenfalls wäre Marvin jetzt am Steintor in Hannover für die Hells Angels, ey. Müsste da irgendwie die Bierkotze wegwischen und so. Hm, Bierkotze. Wo sind die denn eigentlich, die Schlavenas? Äh, oben Cashewmann scheint. Ich hab auch, ähm, Tomac gepickt, eigentlich haben wir nichts. Gepickt, ja? Wir haben nichts zu wegmachen, ne? Ja, irgendwie ein Bier oder sowas wäre tatsächlich nochmal die Überlegung. Nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich, äh, nehme ich. Nein. Ja, 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 ja. Lass mich deinen Headchen nochmal angeiern. Oh, ja. Guck meine geilen Eulen Augen an. Digga, ja. Warum bin ich hier hinten gespawnt, ey? Ja, weil du nie guckst, wo du spawst. Nie ist falsch, ja nie ist absolut. Sagen wir selten. Das ist richtig. Okay, also in der Theorie bin ich am Start. Ja, wir sind dann auch in 20 Minuten da. Oh, mit Castle haben sie da schon mal zugekackt. Oh fuck, hier ist offen. Wo? Die Seite hier. Eine Seite ist auf. Die sind hier, ja, ja, eine Seite ist auf. Soll ich was hinballern oder? Wenn du aufmachen kannst, fang auf. Boah. Ja, komische Technik von denen, aber offen ist. Dann mach du da mal ordentlich Action. Ich kann nicht den, fällt der Diffuser runter. Nee, du da nicht. Ich breach nochmal Construction von Asami. Wobei, eigentlich wäre es geiler, wenn ich in Construction breache. Garage ist Asami. Garage Asami. Ich bin natürlich super ungeil. Die sind hier hingekommen. Asami still alive. Asami, Garage. Nee, dann gehe ich woanders lang. Gibt es schon mal an der Strecke? Ach, das ist schon. Gibt es uns gut? Ja, das ist gut. Top Main stairs. Top Main stairs. Top Main stairs, okay. On your left gridlock. Top Main. Left. Left. Yes. Oh fuck. Asami Wo ist Asami? Last scene garage I'm planting guys Asami, last scene garage Ja, hab ich Doch von der Seite, hey, wie war das? Wo, wo, was heißt an der Seite? Alles gut, alles gut Digga, der haut mich da komplett weg, unser Capitao, alter Der hat mich einfach da weggehört, als ich die Treppe hochgegangen bin Deswegen dachte ich, von da käme jemand, sorry Ach, unser Capitao hat dich gerufen Ja Teamkill Lol, alter, okay Er hat mich komplett weggeschmettert, alter Digga, und dann so von der Seite, ich so fuck, scheiße Komplett vom Fenster von Garage rumgeaimt auf Red Stairs, alter, dass er von da kommt Okay, aber das hat gut funktioniert Meine Breach war ein bisschen random, aber ja Eine Sache, ich bin gerade in die Red Stairs hochgegangen Und ich hatte das Gefühl, dass ich Damage bekommen habe, als ich durch den Stacheldraht gegangen bin Es gibt jetzt Damage beim Bestacheldraht durchgehen Wobei, ich weiß gar nicht, ob man Schaden bekommt oder Ja doch, ich glaube, man bekommt echt Schaden Gut Oder ob nur der Bildschirm so ein bisschen blurry wird Und man, also dein Operator schreit dann ja auch so Das hat mich richtig gewundert gerade Also ich weiß nicht, ob es nur, wie gesagt, das Rascheln ist Und das Schreien quasi so als extra Sound-Hint für die Verteidiger Oder ob man tatsächlich auch Schaden bekommt Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, bis jetzt, als du durchgelaufen bist, dass du Schaden bekommst Aber immer nur einen Schaden Ah, ich habe mich einfach gerade nur mega gewundert, aber ja Ist mir auch draufgefallen, ja Ey, Digga, dann Stacheldraht ja voll die neue Meter Wo sind die denn eigentlich? Wieder Construction Construction again Ah, da muss ich wieder wahrscheinlich irgendwas Thatcher-mäßiges nehmen, ne? Ja Ne, ich nehme Loris, ich nehme Loris, wenn das in Ordnung ist Aber ja, das war schon Sass Aber den Breach done Construction finde ich eigentlich richtig geil Jetzt habe ich nur gerade ein bisschen gefickt, dass Ich habe den Breach gestartet und drehe mich um und sehe Fuck, die Tür rüber zum Schlafzimmer ist zu Eigentlich würde ich mich im Schlafzimmer dann in die Tür stellen und dann so durchaimen Aber ich kam da nicht mehr raus, ich war richtig in der Klemme Okay, nice old schmaiso, muchachos, nice old schmaiso Marvin wieder komplett falsch gespawnt Also er lehrt auch nicht dazu von Runde zu Runde Ne, unser Team ist aber auch random, dass es da steht, ey Diesmal ist hier zu Eine Seite ist gebandated Braucht dich also jetzt hier Na ja Leider nichts bekommen, warte mal Weil es anscheinend kein Active Bandit Mach rechts weg, ich stehe rechts ran Hä? Ne, das ist kalt, das ist kalt, oder? Warte mal Ich habe auf jeden Fall jetzt Ist weg Kalt, oder? Okay, Breach kommt auf der rechten, auf der linken Seite Asami in Garage Okay Asami wieder in Garage Die könnte ich mit einer Lörres Drohne vielleicht weghauen Aber das bringt ja jetzt noch nichts, ne? Die rennt dann einfach nach hinten Ich hau hier ab Kann ich hier nicht hoch, Junge? Wollen wir wieder von der Seite reingehen? Ich glaube das ist ganz cool, oder? Ich würde wieder versuchen von Construction reinzugehen, ne? Aber es leben doch alle, ne? Jetzt nicht mehr Kann man hier runter? Ja, ich glaube schon Ich glaube ich auch den langen Weg I'm going to breach, guys Sense care I'm breaching over here Okay 58 Toll, jetzt habe ich gebreached und man sieht nichts Wieso nicht? Ja, weil er Sense seine Dinger hier vorgemacht hat Ich gehe rein, warte, warte, warte Achso, na Was machen wir denn jetzt, ey? Fuck, ey Drohne eben Ja I'm joining Wait a second Warden on ping There's one on red stairs Asami in Garage Ja, Asami mache ich kaputt, kurz Ja Ja, Asami Oh, hier drin Hier, direkt in der Ecke In der Ecke, in der Ecke, in der Ecke Hast du ihn? Ich bin nix mehr, ich sehe nix mehr Nee, er hat sein Dinger gemacht Nein Ey Direkt in der Ecke Ich hatte ihn aber da gepinkt, Marvin Ja? Ja Ja Die Runde hätten wir auch gewinnen können Aber schade, dass du ihn nicht da bekommen hast Weil, also er war ja dann ja auch von mir gepinkt Ja, ich hatte, aber ich hab gerade vorher den Kill gemacht und hab mich nachgeladen Ich hab ein halbes Magazin und bin so im Vorbeilaufen, da hab ich ihn gedings Ahhhh, unlucky, Digga, richtig unlucky Und dann ist er noch mal eine Rauchgrade losgegangen und dann war er im Vorteil Stimmt Aber er hat mich auch mit C4 weggesprengt, also Ja Okay Ich werde jetzt Deimos nehmen, Deimos, weil die gehen nach unten und ich glaube, da kann man schon viel kaputti machen, ne? Ich nehme Chai Bene Weil ich hoffe, sie gehen nach unten 1-1, sehr gut, die Runde war jetzt knapp, ne? Muss man echt sagen Auch ein bisschen weggeschmissen, also Aber dass du das gesagt hast, dann LK, hab ich, ich mach dich mal ein bisschen lauter Hab ich nur mitbekommen, ja Ich hab ja, ich war ja einmal, ich hab ja gesagt, ich drone Und hab die, ähm, Asami in Garish gecallt, hab auf Redstears jemanden gecallt und hab dann auch den Warden in der Ecke gecallt, auch gepinkt Ah In Warden warst du der einzige, die ich ihn pinkt habe, glaub ich Okay, ne, ich hab die Asami nur mit so einem Luris-Gerät weggeknallt und dann bin ich reingesprungen, weil ich dachte, okay, perfekter Zeitpunkt, aber ja Ah, du hast die Asami sogar erwischt, schau denn Hab ich die sogar erwischt? Mit meinem Gerät? Hab ich die sogar gesagt Das ist der Wischof. Sind aber, wieder oben, ne? Sind wir oben? Im Gym Im Gym Hey, da kann ich ja auch durchschießen, ne, von unten Wir haben mal wieder auf Termals gewechselt Construction ist wieder reinforced I think they are im Gym Ja, kann sehr gut sein Bevor unsere Leute da jetzt hier mit Rim und Laien irgendwie in Garage reinpushen Ich suche mal den Soll ich Kite suchen? Bringt jetzt nur noch wenig, ne? Ja Mira, Mira window Klassiker I can't, can't reach Kalt, Karl unten Wurde gerade markiert Ja Versuche ich da mal durchzugehen Wait, I'm drowning for you Ja, Bar is clear Ja Gut Ist weg Wo sind die denn alle? Reaching Der war Stryker on spot Mira behind Mira window Weiß ich wieder Raum heiß Ich such mal den Stryker gerade Stryker ist hier links Hä, wie? Stryker in Logistikoffice Stryker ist immer noch oben, ne? Er ist immer noch im Logistikoffice Ich bin... Nein, der Karl ist in den Garage gewesen Oh, die tanzen zu viel rum Sind überall, ey, fuck Digga, 2 gegen 5, ey Ja 2 gegen 4 Ja Der war immer noch oben, ne? Amel ist immer noch da Ah, hier ist leider offen, Server Warte mit ner Drohne hin, ich kann abaimen Ich hab keine Drohne mehr Okay Äh, Drone, Jim please Achso, ne, Jim ist ja... Und hier ist Castle, waren zu Ja, irgendwas musst du machen, 35 35 musst du machen, ne? Irgendwas Stryker war zur Logistik Stryker war zur Logistik Stryker war zur Logistik Zumindest da einmal gegenschlagen, Mira, ne? Kann ja die ganze Zeit geiern Ey, jetzt, der auch rechts steht, ey Ein verbleibender Operator von eigenen Truppen Schade, okay 1, 2 Kriegen wir da rin Ah, wir hätten die zweite Angreiferrunde einfach gewinnen müssen, ey Ja Ah, jetzt muss die Defense klappen Yes, yes, yes Gehen wir als erstes nach oben oder gehen wir als erstes nach unten? Mir egal, ich find beide Spots ganz gut eigentlich Dann geh ich mal Church als erstes Ich drück einfach mal und schau, was passiert Okay, ja Könnt ihr mitmachen? Gieschen ist gebannt, Junge Was? Leech ist gebannt? Okay, das ist merkwürdig Puls haben wir da Ich werde meinen Rausbitch-Spot da aktivieren, ne? Ohhhh, dann nehm ich Thorn oder so, ey Schwierig, ne? Machst du den Hannes hinten zu? Ich den Hannes? Achso, äh, ja Kann ich machen, ja Mach ich den Hannes zu Ich hoffe, irgendwer denkt an die Hedges Die erste Runde sah so geil aus Also die zweite Runde war so Kann knapp verloren Und die Runde war richtig beschissen, alter Ich hab ja irgendwann irgendwo auch nur ein bisschen Druck gemacht Scheiße Alles zu machen hier, Bro Alles zu machen Oh fuck, ich muss ja noch schnell weggehen hier, ey Ich hoffe, es geht durch An die Rotation, please Den auf Deutsch, Junge Richtig Thanks Er red auf Deutsch, Junge Thanks Die haben mich leider bei meinem Bitch-Spot Haben sie mich gebastet Oh, wo machen sie denn auf? Wahrscheinlich Ich bin die Hedges hier Okay, kitchen Hier ist ne Twitch-Drohne unterwegs Hier bin ich Okay, wacke ich Eine haben ich Tschön Nice Geil Das war Brown Tunnel Digga, das Erste, was ich mit der Thorntrap'n'Kill mache What the fuck ey Ich geh jetzt wieder zurück, Deko, ne? Ich bin wieder im Spot. Hast du Tunnel gecheckt? Bist du Puls? Ich bin nicht Puls, ne. 2 in Construction, 1 coming. Oh. 2 in Construction. Ist die drin, oder? Ja, es steht ja in der Forse. Angefragt im Tunnel. Kommen wir leider nicht durch. Richtig schlecht aufgemacht. Ja, bin durch. Sehr schön. Hallo! Okay, haben wir es doch wieder gut gemacht jetzt. Oh, hä? Das war mein Kill und er hat die Killcam bekommen, weil irgendwer durch seine Capcan Trap noch gestorben ist. Zwei Kills! Hallo! Sehr gut. Aber cool. Thorntrap Kill, ey. Ne, ich sag ja nicht nein. Aber jetzt Gym, Bedroom? Ich würde sagen, wir gehen schon ganz normal... Ne, CC, oder? Ist doch eigentlich viel geiler, oder? Also, ich wäre für CC. Ja, CC und dann... Let's go, CC. Lesions weg hier, ne? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Deko. Soll ich trotzdem unten chillen? Ja, ne? Ja... Mit einer guten Waffe allerdings. Wir hatten hier eine geile Waffe. Frost... Frostwaffe ist doch... Was mache ich da, ey? So kacke, Alter. Warum, ey? Ähm... Er kann zumindest eine Frostwaffe setzen, da. Asami ist am Start, auf jeden Fall. Hier ein Loch rein. Da ein Loch rein. Da ein Loch rein. Dann hier so ein Loch rein. Asami wird ja wahrscheinlich in Garage chillen, ne? Bist du Asami? Ich bin Asami, ich werde nicht in Garage chillen, nein. Okay. Na dann... Werde ich in Garage chillen. Ich bin mal in Garage. Ich könnte hier irgendwo auf Garage dronen, würden wir noch eine Asain Barrier hinpacken. Ne, ne, das ist gut. Nicht? Okay. Ich habe eine Drohne in Garage zerstört. Sehr schön. Dann wirst du vielleicht nicht ausgedronet. Die Seitenwand ist auch geringst. Ist irgendwer in Garage von uns? Ne. Okay. Geht jetzt schon auf? Okay. Breach'n schon, ja. Das war schnell. Ist es open? Nein. Mute ist down in Garage. Oben. Unnötig, dass er da überhaupt ist, aber okay. Okay. Der ist bugged beneath. Der ist bugged beneath. Die wissen nicht, dass ich hier unten bin. Bug ist. Bug in Storage. Ja, habe ich. In Storage, ja. Ich rotiere hin. Bug gedronet. Hä? Okay. Und bei mir als Kill. Ich habe gewundert. There is one in Construction. Ich bin nicht in meinem Garage, ne? Ja. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Ich bin nicht in meinem Garage oder was. Ist da die Cam noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, hier ab, Deco. One outside window. Ich bin nicht mehr da. Frost Trap. Frost Trap. Ach, deswegen habe ich einen Kill bekommen. Ah, okay. Sehr schön. Construction. Ist immer noch eine Construction, oder? Ne, den habe ich. Falls ich vorletzt werde. Ich sehe auch nichts. Geil, ey. Haben wir gut verteidigt den Scheiß. Jo, hier ist alles safe. Perfekto. Principalo. Garage, Garage, Balcony, Window. Amba. Nein! Ich wollte ihn. Er hat angefangen zu pläten. Ich wollte ihn reifen, Alter. Da habe ich ihm richtig den Kill geschenkt, ey. Ich hätte einfach Kill erschießen können, ey. Und ich wollte ihn neifen. Neifen muss gekonnt sein, Mr. Deco. Neifen muss gekonnt sein. Lauf mir nicht zu, Junge. Rutsch meine Eier. Alter. Alter, der Hass, Alter. Der direkte Hass, einfach, ey. Bar Stage? Dein Ernst? Egal, ne, ne. Ich nehme da Castle, um die Scheiße irgendwie zuzuhalten. Dann klappt das vielleicht, hoffentlich. Aber, ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Angst vor Jim, weil ich habe da irgendwie wenig Plan. Und wenn wir... Wenn wir auch keinen Bandit haben. Nee, Bandit. Ja, er kriegt das Bandit der Sweet. Ey. Okay. Okay, wir können das Ding jetzt beenden, ne? Maybe Jäger. Okay, schade. Ja, wir können jetzt hier beenden, ey. Ich hoffe auch, wir beenden. Aber ich muss nicht unbedingt noch auf die Verlängerung gehen. Das ist alles so ein bisschen wackelig hier die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Ich würde es ungern... Kann ich hier noch näher ran? Ich würde es ungern riskieren. Dann fangen wir mal an, Deko, ne? Machen wir den Boden auf hier. Mhm. 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 Ja, kann man durch. Gut. Ein zweites Mira-Window hätte ich auch noch. Für die Freude vielleicht. Mhm. 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 Ich glaube vielleicht ganz gut. Bandit. Soll ich hier? Soll ich hier was hinhauen? Ach komm. Mal suchen wir mal. Keine Ahnung, ob das crappy ist, aber... Das wollte ich nicht. Der Breaching. Breaching Server. Oh, Lörries! Wie ist der Lörri? Scheiße, das heißt die Castle-Dinger sind auch wahrscheinlich, ne? Nee, hier auf Gym. Zumindest zu meinem Scheiß nicht. Running on the roof, maybe to the other breach. Oh, außer... Er wäre hier irgendwo. Im Glück konnte ich den Scheiß kaputt machen. Mhm. Unnötig, Digga. Schon... Schon B? Also nicht. Irgendwo höre ich was. Ja, hier auf der Seite. Sehr schön Deko. Hier ist er runter gedroppt jetzt. Hier ist es. Tür, guys. Ja, window. Hustle. Okay, go flank them. Onside, onside. Karp! Karp! Schon auf B gewesen, die aufsah. Ficken mich jetzt hier. Ja, 20 Sekunden. Diffuser, Diffuser in Construction. Karpatschen. Geil. Nice Deko, Alter! Digga, hat der mich hier angeflamt oder was? Denkt der, ich kann nix oder was, Digga? Was denkt der von mir, Junge? Karpatschen. Wie ein dicker Eier jetzt auf den Tisch hauen, Alter. Ja, ja, ja. Hallo, ihr habt dreimal so viele Kids wieder arrestet. Ich werd dir zugelassen. Karpatschen! Karpatschen! Please, ey. Please. WP, muss man sagen. WP. Müssen wir hier auch mal loswerden. War das Gegnerteam nett? Ja, ne? Nett Wahnsinn. Die waren... Die haben... Ja, doch. Da war keine krass miesen Bitch-Raus-Spots oder irgendwie sowas. Den kann man schon mal einen Daumen nach oben geben. Ich hab einen bekommen von, ich weiß aber nicht von wem. Von Fridja Celsius hab ich einen bekommen. Okay, dann geb ich den auch mal. Die Hauptsache der Fridja Celsius hat drei Stück. Ich hab zehn Kills. Ich hab einen. Einen bekommen. Ich konnte dir nicht geben. Ja, ich weiß. Du bist da auch ausgenommen. Okay, jetzt sind wir mittlerweile in... Kupf 1! Kupf 1! Kupf 1! Bronze ist in Reichweite, Muchachos. Ein Win noch bis Bronze, aber das ist super schnell gerade. Ja. Jetzt noch bei 16,5 Prozent. Ein Alpha-Pack. Nein! Okay, schade. Muchachos, nice Runde. Daumen nach oben, schmettern. Es war eigentlich ganz nice. Zwischendurch gab es so einen kleinen Spannungs... Also für euren Spannungsbogen. Damit es spannend wird, haben wir so ein bisschen nachgelassen. Und dann wieder richtig die Klatschnacken rausgeholt. Bis zum nächsten Mal eingehauen, Muchachos. Loser-Quater-Code benutzen. Bye-bye. Ciao, ciao. Direkt und Untertitelung des ZDF, 2020